Hallo und herzlich willkommen zu einer Solopartie Bartwood Grove in meiner Brettspielstube. Diesmal mache ich zwei Dinge anders. Erstens, ich werde nur spielen, nichts erklären. Solltet ihr die Regeln kennenlernen wollen von dem Spiel, ich habe einen Ordner-Playlist von dem Spiel gemacht. Dort findet ihr die Regeln für mehr Spieler, die Regeln für das Solospiel und den Soundtrack zum Spiel habe ich da auch quasi verlinkt. Genau, und die zweite Sache, die ich machen will oder werde, ist, die Kamera bleibt jetzt die ganze Zeit so. Ja, let's go! Der Rivale startet hier, ich starte da, wie normal. Apropos, genau, es gibt ein paar Spoiler. Hier ist Kiste 1 mit enthalten. Wer das noch nicht wissen will, scheint schnell aus. Wenn nicht, erkläre ich es aber auch nur, wenn es vorkommt. Aber es wird vorkommen. Was brauchen wir noch? Da, das erste Ereignis sagt, zu Beginn erhöht eure Lautstärke auf 6. Rivale kriegt nichts vom Plättchen. Jut, also, ich habe meine erhöht um 6 und wenn das vorbei ist, das Ereignis, muss ich sie auf 0 setzen. Wenn ich dabei mindestens 5 Lautstärke verschenke, kriege ich ein Diamant. Okay. Juwel. Also, ich nenne die grünen Dinger mal Diamant, mal Juwel. Mal vielleicht grüne Steinchen. Mal gucken. Spieler fängt an, ich habe hier schon zwei Karten. Ich hab noch gar keinen Plan. Karten kriegen wir nicht schlecht, aber dafür brauchen wir auch Geld. Dafür bräuchten wir Blau. Blau ist nicht im Angebot, aber Geld. Ja, da haben wir schon. Stimmt, weil erstens dieser Charakter ist in der ersten Kiste, zweitens neue Steine namens Lautsteine. Ja, mehr sage ich erstmal nicht. Ja, komm, hauen wir den Lautstein weg. Mein Ablagestapel ist da. Ja, ich muss den ein bisschen umschichten, aber so geht's, glaube ich. Das heißt, ich kriege noch mal zwei Musik. Geht nicht. Ah, okay, Lautsteine kommen jetzt dazu. Lese ich's doch mal vor. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt gedruckt. Auch während du Lautstärke erhältst, darfst du sechs Lautstärke ausgeben, um einen Lautstein zu erhalten. Du darfst einen Lautstein ausgeben, um einmalig beliebig hohe Lautstärkekosten zu bezahlen. Du erfüllst, äh, du erhältst keine Lautstärke zurück, falls du den Lautstein für weniger als sechs ausgibst. Aber es heißt beliebig. Das heißt, der müsste auch mehr wert sein als sechs im Zweifelsfall. Gut, aber offiziell ist er sonst sechs wert. Hm, das ist ein bisschen komisch. Naja, und nach dem Singen darf ich nicht mehr als zwei davon besitzen. So, also ich bekomme zwei Lautstärke, habe schon sechs. Also tausche ich das jetzt in so einen Lautstein ein, den ich hier wiederum in die beiden anderen Steine tauschen kann. Mhm. Dann habe ich nur noch zwei. Sechs umgetauscht, zwei bekommen. So, zweimal drehen. Eins, zwei. Bekomme ich drei Schritte. Uh, jetzt geht's los. Die Karte ist schon nicht schlecht. Dort kriege ich für Lautstärke. Seht ihr's? Mhm, 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 mhm. Geld. Andererseits kostet die ja... Ach, wisst ihr was? Ich bleib einfach hier und setz mein Boot, drei, zwei, drei nach vorne. Fertig. Kriege zwei Karten neu. Passt leider auch schon. Und der Bot ist dran. Er legt eine nach oben, dreht sein Rad zweimal. Und bewegt sich einer links. Oh, das war schon der Bot. Das heißt, ich bin. Ja, super. Ich wollte blau, ich habe rot. Zweimal drehen würde ich schon singen. Dann habe ich nur rot und für rot gibt es hier nichts. Komm, dann machen wir erst mal so. Kriege ich zwei Lautstärke. Verdammt, dann ist schon zweimal drehen. Das soll's. Eins, zwei. Gibt einen Schritt. Ja, mache ich. Ich gehe einen Schritt darüber. And let's go. Es wird gesungen. Und machen wir das zuerst. Ich bekomme ein Geld. Und drei Lautstärke. Vier. Und drei macht sieben. Minus sechs bleibt einer. Hol ich mir wieder so ein Steinchen. Karte Feric. Dann. Ich brauche so einen roten. Das heißt, ich tausche jetzt so einen in die zwei anderen. Dann bekomme ich einen roten. Ich benutze diesen Tracker nicht mehr. Ich merke mir das jetzt einfach. Kann dann sechs Lautstärke bezahlen. A.k.a. so ein Ding. Um nochmal einen roten zu bezahlen und nochmal drei zu kriegen. Jetzt besitze ich vier Melodie. Und was will ich jetzt? Ich brauche jetzt eigentlich Weitsteine, verdammt. Ja, mache ich das doch. Für zwei von den Vieren, die ich besitze, mache ich oben so ein Motivplättchen und hole mir drei rote Steinchen. Dann besitze ich immer noch zwei rote. Für einen Waldstein zahle ich die Entfernung nach dort. Lege einmal meinen Diener drauf. Für einen roten. Ich habe ja zwei. Ho, das passt doch. Für zwei kann ich ja überall. Ja, mache ich trotzdem da. Ja, was soll ich jetzt nicht so lange denken. Ich nehme einfach mal den. Die sind alle wieder futsch. Hoffen wir dazu ganz effektiv, würde ich sagen. So, ach, dann besitze ich noch ein Geld. Für das Geld kaufe ich die Karte, weil die ja nur einen kostet. Kommt auf meinen Stapel. Da das so eine Fähigkeitskarte ist, steigt der Marktpreis. Und jetzt habe ich auch so gut wie nix übrig. Ein Joker. Ja, zwei roten habe ich dafür ausgegeben, genau. Für einen blauen. Wieviel habe ich Rabatt? Einen. Also für zwei kann ich nix machen. Brauche ich vier für. Boah. Was ist noch mit Lautstärke ausgeben? Was ja fast ursprünglich zum Geldkriegen meine Idee war, aber die habe ich jetzt quasi anders verbraten. Jo, da geht nix. Dann bin ich wohl fertig. Oh ja, jetzt. Er dreht das Rad einmal und bewegt sich auch nur einmal. Das fängt ja nett an. Zwei. Dann bin ich und nächste Runde wird er singen. Beides ganz cool. Ich spiele die hier hin. Die noch da. Willkommen. Zwei Musik. Zweimal drehen. Das sind drei Schritte. Okay, machen wir. Eins, zwei, drei. Das ist glaube ich ganz gut, weil ich würde gerne beide Karten kaufen können, obwohl ich gerade kein Geld habe. Und okay, eins kriege ich. Schauen wir mal. Na gut, ich könnte ja. Ja. Warten wir es ab. Dann gibt es zwei neue. Ich weiß eigentlich langsam eine blaue drunter sein. Hm, da ist schon wieder meine Lautsteine-Karte. Okay. Seht sie. Dann kommt er. Er dreht sein Rad einmal, wird dann singen. Dann bewegt er sich auch einmal nach rechts. Besetzt, besetzt, wird alles übersprungen. Hier ist er weg. Stopp. Als erstes würde er ja gegen mich singen. Das müssen wir ja auch noch vorher eigentlich machen. Das heißt, er zahlt ja gar nichts. Er nimmt einfach bei mir das Ding weg. Deckt dann hier eine neue Herausforderung auf. Also, ich habe jetzt die Wahl aus. Habe mindestens 13 grüne Steinchen oder habe mindestens vier Lautstärke und mindestens zwei Geld übrig. Okay, ich habe das andere Ereignis gar nicht angeguckt. Das hat auch was mit Lautstärke zu tun. Aber ich nehme die 13 grünen Steinchen. Das könnte ich hoffentlich schaffen. Ne, so falsch war es gar nicht. Ich muss gerade... Also, erst bewegt er sich, dann wird gesungen und beim Singen wird zuerst das gemacht. Und das ist auch egal, ob er jetzt hier ist oder sein Blättchen. Also, schon richtig am Ende. Die Reihenfolge war, glaube ich, gerade komisch. Okay. Oder kam mir komisch vor, war aber richtig. Das heißt, jetzt, hier. Hier würde er Geld bekommen. Wir sind in der ersten Runde. Dann bekommt er, glaube ich, 1, 2, 3 Lautstärke. Dann, die 2. Ja, er bekommt einfach diese Karte. Packen wir mal da drüben auf den Tisch. Und die 1 ist, Lautstärke für Punkte ausgeben. Er hat ja 3, sonst würde er was dazu bekommen. Das heißt, er kriegt hier auch ein Grün. Und das war's. Wo ich bin. Hier wird es ja schon eng langsam. Ich lege die erstmal noch da. Ja, was mit Blau wollte ich machen. Rabatt ist 2. Wären 3, 4. Und dann bräuchte ich aber den Stein. Sonst wäre ich so bei 3. Ich habe auch noch einen Joker. Also, 4 ist drin. Ja komm, dann sichern wir uns das ab. Die kommt weg. Es gibt 2. Lautstärke. Und, uh, 2 Umdrehungen. Heißt, ein Schritt. Oh, Schiff. Jetzt will ich es gar nicht ausgeben. Ich habe ja noch gar kein Geld. Okay. Okay, machen wir es anders. Ich bin doch zuerst das. 5 plus 3 sind 8. Minus 6 sind 2. Holen wir uns erstmal so ein Steinchen hier. Ja, ich muss das. Merken wir uns, die untere Sachen habe ich noch nicht gemacht. 2 blaue, ein Geld. Für die 2 blauen hole ich mir hier nochmal 2 Geld. Das lasse ich gleich stecken. Weil, ich nehme die einfach. Ich nehme die hier. Und für das andere Geld die hier. Der Wagen bewegt sich. Und ich habe keine blauen Dinger mehr. Hier habe ich eine Reserve von 6. Dann werde ich es verschwendet. Das heißt ja, ich kriege nichts zurück. Andererseits, wenn ich das mache. Muss ich den noch zahlen. Und hätte nochmal 3 bis zu 5 Rabatt. Das ist jetzt auch nicht das Beste. Ach, ich tue es. Ich tue es. Also, langsam. Ich zahle noch die 6 Lautstärke in Form dieses Steins. Dann den lilanen. Dann besitze ich nochmal 3 Text. Ja, das andere werde ich dann nicht tun. Für 3 Text. Plus meinen Rabatt. Den muss ich ja leider ganz klein bannern. Wenn eigentlich 5. Ja, habe kein Steinchen mehr. Muss ich hier 4 machen. Ich kriege also ein Steinchen. Ich schalte eine Scheibe frei. Und was wollen wir? Falls du mindestens 3 Kreaturen in deinem Deck hast. Ja, ich will ständig mal Jagdstrategie austesten. Aber kommen da nie zu. Deshalb glaube ich nicht an 3. Falls du mindestens 5 besondere Fähigkeiten und oder Impro Karten, sprich all diese Karten im Deck hast. 2 Punkte. Nehmen wir noch die mit. Es sind halt nur 2 Punkte. Nicht mal irgendwas. Dann bin ich wirklich fertig. Zielkarten ab. Jetzt können wir gleich was mit Rot machen. Und Entfernung. Okay. Die kommt ja gleich hier hin. Er dreht ja noch einmal. Er wiegt sich ein nach unten. Blaues Portal. Blaues Portal. Dann wäre er hier. Hier ist er weg, ne? Ja. Einmal unten. Yes. Okay. Ja. Ja. Komm. Nehmen wir so eine Karne. Und so. Es gibt einen hier. Und einmal drehen. Sind zwei Schritte. Ich krieg vielleicht auch noch mal blau rein. Ja komm. Dann gehen wir mal auf Risiko. Ich geh hier unten rein. Es ist halt hier ein bisschen eng. So. Das waren zwei Schritte. Dann brauchen wir. Ui. Geld. Oder Melodie. Die. Ich kann ja Melodie speichern. Von daher. Lass mal ruhig die hochsetzen. Okay. Mhm. Da hab ich mal drei. Ich brauch vier. Ja. Aber ich muss das aktivieren. Wäre. Oh ja. Wäre möglich. Na ist doch geil. Da hab ich schon vier rote. Nein. Drei. Sechs rote. Oh. Hätte ich eigentlich woanders hingehen sollen. Dann ist er wieder. Wollen wir mich mal drehen. Na endlich mal eine Doppelregung. Also. Ach spotzig. Äh. Nach rechts. Nach rechts. Heißt. Er geht wieder. Tschuk. 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 Und nach oben. Das wäre ja. Ja. Okay. Ja. Ich hab ja eigentlich schon gesagt. Wobei. Zwei sind definitiv zu wenig. Ich. Dann gehen wir jetzt auf Nummer sicher. Ach. Guck mal. Hier nochmal ein. Einmal drehen. Sind drei Schritte. Wie viel Geld habe ich? Eins. Ne. Machen wir die mit dem Schiff. Eins. Zwei. rein. Karten nachziehen. Schade. Schon vorbei. Der Spaß. Okay. Der macht hier. Ja. Zwei Drehungen. Er wird singen. Einer links. Einer unten. Drei. Drei. Fünf. Vier. Machen. 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 Achso. Er singt ja. Also als erstes mich. Andreifen nenn ich's. Herausfordern. Aber nur. wenn Plättchen oder R angrenzend sind. Also nein. Dann macht er die Ortsaktion. Hier. Hier entfernt er zuerst alle seine Plättchen. Da sind aber keine. Dann würde er gerne Fremde nehmen. Da sind aber keine. Deswegen legt er seins da rein. Und kriegt Siegpunkte halb so viel wie Kosten sind. Also ein. Okay. So käme ich aber schon mal eins von seinen Plättchen. Dann ne. Vier. Lautstärke ausgeben. Er hat aber keine. Dann bekommt er glaube ich einfach drei. Ich guck lieber nach. Und sechs Euro mit zwei bin ich der Meinung. Ja. Immer drei in den Juwelen umwandeln. Hat er keine drei. Ist korrekt. Dann sind wir noch Runde eins. Und dann ist es ja wieder einfach. Er kriegt diese Karte einfach. Dann macht er da drüben. Dann wird er das. zwei am wenigsten drin liegen. Bei Gleichstand. Das günstigere. Also holt er sich zwei. Doch Runde eins legt er auf das offene. und deckt eins auf. Und dann bleibt noch die eins. Er kriegt noch diese Karte. Dann ist er fertig. Ich ruhen immer noch nicht. Weil er immer noch Karten hat. So. Ich könnte jetzt schon singen. Ich hab die sechs. Also hätte ich vier. Das ist ja drei. Sechs rot. Das sind eben zwei zu viel. Ich glaube ich will das erledigen. Damit ich da weg kann. Schade. Ich würde gerne auch was Blaues reißen. Vor eine Scheibe. Was Blaues reißen. Egal. Vorher nämlich die Scheibe loszuheißen. Weil ich krieg da noch was ich nicht verstanden hab. Die Belohnung. Wobei. Nur wenn er da noch drauf steht. Glaube ich. Also doch nicht. Ich singe. Ich nehm die nach da. Und die nach da. Dann speichern wir doch. Sechs. Und bekommen nochmal zwei. Dann drehen wir zweimal. Was zum singen führt. Und ein Schritt. Ich hab null Blau. Alles kostet Blau. Kann ich auch stehen bleiben. Dann bewege ich das Schritt. Okay. Ja gib mir erst mal ein Geld. Und ein, zwei, drei Musik hier. Lautstärke. Dann holen wir uns den. Roten Stein. Nochmal zwei. Gehen wir sie erst mal aus. Der Coin machen sie in einem Schritt. Also. Zwei dazu. Sind fünf. Sind sieben. Tauscht die um. Hab ich noch ein. Habe jetzt quasi ein Sechser Token. Was ich hier wieder ausgebe. Und den roten. Und dann besitze ich. Drei, vier, fünf, sechs Mal Melodie. Kann ja aber. Da auch. Ne reicht nicht. Ja. Gebe also. Vier davon aus. Der Rest verpufft leider. Um. Das hier fertig zu machen. Mein Preibereich wäre hier. Mach ich gleich irgendwo. Äh. Krieg ich ein Diamant. Und. Und wie ich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Eine Belohnung. Die freigespielt ist. Eventuell mit der Einschränkung. Nur wenn der Zeiger auch gerade drauf steht. Okay. Sauber ist ja eh nicht. Ja. Mein Preibereich mach ich dann hier oben mal wieder einfach. Hauptsache wir kommen ja nicht durcheinander. Ich darf ja keinen zweiten anreifen. Besänftigen. Äh. Und blau hab ich alles nicht. Karten kaufen geht von da nicht. Leider auch keinen Weibstein dafür nutzbar. Den ich sowieso nicht habe. Ja. Dann. Ziehen wir nach. Blau und rot gemischt. Okay. Ach ich meine vier drin. Dann könnte ich den da auch gleich nochmal besiegen. Why not. Und dann mache ich andere Dinge. Schauen wir mal. Ja. Also er hier. Dreht zweimal. Und einen nach oben. Den habe ich hoffentlich nur vergessen wegzunehmen. Äh. Und einen nach rechts. So. Gesungen wird nicht. Und noch zwei Karten. Dann ist er endlich mal am ruhen. Okay. Achso. Ich muss mich ja entscheiden. Wenn man sich kriegt die sechs zusammen. Wird auch schwierig. Aber ich glaube dran. Und wenn nicht irgendwas blaues. Andererseits wäre hier ja auch ein vierer. Ich weiß noch nichts rein. Ich spiele diese Karte. Äh. Kriege hier ein. Und. Uh. Drei Drehungen. Eins. Zwei. Drei. Ob das jetzt so klug war. Zwei Bewegungen. Zwei. Zwei. Wobei die Belohnung ist eigentlich auch geiler. Ich mag dieses. Huhn. Artige. Vieh. Okay. Dann gibt es eine neue. Pfff. Zwei Musik. Bevor ich die nicht zusammenkriege. Für die eine Karte. Ah. Ich würde auch gerne ein Geld. Komm. Ich nehme ein Geld. Geld. Dann könnte ich mir hier eine Karte aussuchen. Was vielleicht klug wäre. Okay. Was haben wir noch? Yes. Siehste. Musik. Lautstärke nicht das Problem. Blau kann ich da nichts. Aber nehme ich halt den. Oder da wäre mein Geld noch gewesen. Okay. Dann. Ich werde auf jeden Fall singen. Okay. Einmal hier. Singt noch nicht. Ein nach oben. Nach oben geht nicht. Dann sagten wir. Dann wechselt er nach unten. Und singt noch nicht. Aber ich jetzt. Ja. Haben wir uns ja schon halb überlegt. Eins. Zwei. Drei. Zweimal drehen. Ist zwei Schritte. Da wollte ich ja bleiben. Also nehme ich mit dem Schiff. Und. Ja. Das ist direkt das Fickeln. Ich brauche vier Melodie. Eins. Okay. Klappt so nicht. Und bei klappt es schon. Ja komm. Machen wir das zuerst. Oder doch einfacher. Ich hole mir erstmal eine lilanen. Im Kopf. Weil den gebe ich hier dann für die sechs aus. Plus. Plus einen roten. Dann kriege ich hier nur einen lilanen raus. Weil ich diese Tauschaktion mache. Besitze vier rot. Besitze vier rot. Besitze dafür jetzt das. Krieg dafür einen Diamanten. Uh. Und auch nochmal drei Lautstärke. Die ich gleich mit den drei Lautstärke wieder in so einen tausche. Dann müssen wir da nichts machen. Zwei Karten in meiner Prahlablage. Dann sollten wir die mal gleich loswerden gehen. Ach hier geht das ja schon. Na. Das ist doch schön. Dann verpassen wir das ganze Geld. Zwei was soviel die Karte kostet. Und einen extra. Weil ich meine aussuchen will. Okay. Das Einzige warum ich noch was kriegt. Rot. Dann könnte ich noch mehr jagen gehen. Aber eigentlich sollte ich manchmal die blauen Sachen machen. Ja. Das ist auch eine Form von blau oder rot. Rot. Und ich habe ja gut Musik ständig. Lautstärke. Ich kaufe die hier. Was kann ich noch machen? Da. So. Da will ich auch ein bisschen. Man darf das ja so oft machen wie man will. Es heißt ja man muss den einmal ausgeben. Darf ich den Stein nur benutzen um es einmal zu machen. Oder weil es sechs sind und das unendlich. Doch zweimal. Das ist meine Hausregel. So spiele ich das jetzt. Ähm. Ja. Aber wer gesagt ne. Ich könnte auch hier nur die drei ausgeben. Komm. Weil ich es kann. Gebe ich sechs aus für zwei Geld. Und dann gebe ich nochmal ein, zwei, drei aus um zu prahlen. Nämlich die Böden sind zwei Monster auf meinen Ablagestapel zu packen. Damit sie mir endlich extra Juwelen bringen. Das war's dann was ich da machen kann. Jupp. Dann kriegen wir. Huhu. Ja. Ich bin immer wieder überrascht. Dass ich die Karten kriege. Die ich gerade da hingelegt habe. Noch was Gutes. Ja. So langsam ist hier mal ein bisschen viel Gutes eventuell drin. Aber ich ziehe auf jeden Fall noch nichts davon. Okay. Puh. Heißt. Oh. Habe ich fast vergessen. Also habe ich vergessen. Aber macht ja keinen Unterschied. Er hätte natürlich gleich im Anschluss an seinen Zug geruht. Und da wir jetzt einfach spielen, suche ich hier einfach die ersten mit zwei Pfeilen raus. Ich schmeiße sie aus dem Spiel. Mische das. Und er war auch dran, glaube ich. Ja. Ich habe nur das nicht gemacht. Zweimal drehen. Eins, zwei. Heißt schon mal, er sinkt. Und vorher bewegt er sich ein nach unten. So. Ne. Ne. Ich müsste ja hier stehen, dann wäre ich angrenzend. Alles andere ist weg. Das heißt, mir passiert schon mal nichts. Gut. Dann Orte abhandeln. Wir sind immer noch in der Runde eins sozusagen. Und dann. Das heißt, er nimmt einfach die oberste. Dort oben gibt er. Ups. So. Da muss ich mal direkt reingucken. So. Wer aufgepasst hat, hat es gesehen. Ich habe aus Versehen die Note statt den Noten Schlüssel da drauf gelegt. So ist richtig. Wo wir heute schon unterbrochen haben. Wie findet ihr dieses Format in der Totalen für Let's Plays? Soll ich das vielleicht beibehalten? Wäre für mich viel einfacher. Aber man sieht halt ein bisschen weniger. Außerdem, wie gefällt euch die Aufteilung, dass ich jetzt die Regeln getrennt habe? Oder findet ihr es besser, wenn das Let's Play mit Regeln ist? Und damit notwendigerweise auch mit mehr Zooms oder Nahaufnahmen. Ja, haut raus. Hoffentlich zahlreich, damit ich mir eine Meinung bilden kann, wie die Mehrheit das sieht. Und nicht nur Einzelne. Ansonsten mache ich halt weiter einfach mein Ding. Und ihr könnt im Jahr wieder ein bisschen überrascht sein, was ich über ein Spiel berichte und wie. Okay. Wir haben mal der 3 und er besitzt ja noch 3 Lautstärke, die er jetzt ausgibt. Für einen Diamanten. Dann Nuttenbank. Er entfernt alle seine. Und weil da keiner liegt, legt er seinen drauf und kriegt einen Diamanten. Da braucht man nur noch einer da. Ist die erste Hälfte gleich rum. Und die zweite geht erfahrungsgemäß etwas schneller. Wobei sehe ich gerade aktuell noch nicht. Aber mal gucken. Okay. Dann hat er noch die 1 übrig. Ja. Endlich macht mal einer das ja. Hätte ich längst auch mal machen sollen. Habe ich eben zukünftig vor. Aber schauen wir mal. Das heißt, er nimmt sein Scheibchen, nimmt, wir sind in Runde 1. Das günstigste, glaube ich, ist es immer noch zu dem Zeitpunkt. Ja. Dann kriegt er den Diamanten. Und eigentlich von hier, habe ich hier ausgelagert, ein Fan. Weil die Karten sind auch gut, weil die auch mal gratis was bringen. Habe ich auch noch keine einzige. Dafür habe ich schon 2 Monster mal besiegt. Wow. Ich freu mich gerade. Ich glaube, 3 habe ich echt noch nie. Ja. Dann ist er fertig. Und das Ereignis beendet. Wie war das? Ich muss meine Lautstärke wieder auf 0 setzen. Ja. Und hätte ich mindestens 5, würde ich einen Diamant kriegen. Aber Pustekuchen. Schade. So. Dann gucken wir uns doch mal das Neue an. Was für mich ja jetzt schon aktiv ist. Misch den Fankartenstapel und legt ihn für den Rest der Partie verdeckt ab. Während das Ereignis aktiv ist, erhaltet ihr ein Geld, wann immer ihr einen Fan erhaltet. Okay. So. Dann mischen wir mal. Und legen wir vielleicht Geld zur Erinnerung drauf. Also im Prototypen habe ich ja gesehen, dass die Vorräte unten waren. Also die Vorräte, gut, da wäre man hier vielleicht häufiger durch, ist schon ganz gut oben. Aber die Karten hätte man vielleicht echt unten irgendwie lassen sollen. So. Tja. Zweite Runde Endspurt. Ich bin dran. Wo stehe ich? Dort. Ja. Ich will mehr so Kampfkarten. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ich wollte erstens sein Ding, warum auch immer. Ja, manchmal gibt es irgendwelche Sachen, die dafür Punkte bringen. Nein, drauflegen. Fuck. Was können wir mit Rot noch anfangen? Ihn besingen. Was habe ich davon? Ein Plättchen. Ja, habe ich auch ein Plättchen von ihm. Und einfach, weil ich es kann oder nicht gemacht habe, mal machen. Weiß nicht. Karten kaufen. Geld. Mhm. Geld gibt es hier nicht. Dafür zwei Rote da drauflegen. Ich habe gerade null Plan, Kinders. Nehmen wir einfach die und die dahin. Fertig. Eins, zwei. Zweimal drehen. Mach zwei Schritte und aktuell habe ich eher nur Rot am Start. Ich brauche was mit Blau. Da gibt es Blau. Was habe ich? Zwei Schritte? Na, dann haben wir es doch schon. Eins. Wobei, würde ja reichen. Komme ich auf Blau und oder besorge ich mir nochmal Geld oder... Ich habe kein Geld für beide Karten. Könnte mir da Geld tun. Das sehe ich auch nicht. Ich gehe einfach mal so. Okay. Kartenatzi. Oh. Jetzt gehe ich noch ein bisschen Blau. Okay, aber ich brauche hier fünf. Das wird eher unmöglich. Das sehe ich eigentlich nicht. Okay. Ich fette ich. Bot dreht zweimal. Bewegt sich noch rechts. Und noch unten. Und schon darf ich wieder meinen Unwesen treiben. Ah. Das heißt, ich singe sowieso. Und scheiß auf Blau. Das nehme ich danach in Angriff. Ja, alles klar. Dann ballere ich die hier zu. Die kommt hier hin. Ich kriege Nordstärke. Dreimal drehen. Wie war das? Dreimal vorwärts. Das selbe. Einmal rückwärts. Zwei. Zwei. Drei. Jawohl. Und ich singe. Dann gib mir doch mal so einen zartlilanden und einen roten. Zack. Und roten. Dann gib mir ruhig schon mal zwei Lautstärke. Und zwei in Rot. Ja, haben wir echt nicht zu Ende gedacht. Da haben wir echt nicht zu Ende gedacht. Aber ein bisschen was können wir daraus machen. Ich tausche den wieder in lila und hellrot. Und gebe dann zwei rote aus. Kriege also noch die lilanen raus. Oh ja. Um ein beliebiges Monster zu erwischen. Was können wir uns dann auch überlegen. So. Das heißt, ich kette jetzt sogar vier. Ich habe zwei rote. Ja, ich kann jedes erwischen. Achso, das sind auch dieselben Karten. Haben auch dieselbe Belohnung. Sind aber exakt vier ist gekauft. I do it. Und dann wäre hier mal ein richtig Böser drunter. Jupp, dann nehme ich auch. Obwohl hier. Ne, sind mehr Karten drunter. Dann nehmen wir den. So, kriege ich einen Diamanten. Und ein rot hin. Äh, prallereich. So. Die ist futsch. Drei kann ich bis zu zweimal. Aber einen nehme ich auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Wobei. Ah, I do it. Kriege ich nochmal einen lilanen? Hätte ich jetzt auch einen Fünfermonster machen können. Aber egal. Weil das bringt eigentlich, die Belohnung ist eigentlich nicht so viel besser. Oh, das ist ja auch der. Okay. Zwei Geld und Diamant. Nice. Aber dann werde ich das hier auch nicht mehr machen. Karte kaufen. Ja, ich habe nur zwei Geld. Es kostet zwei Geld. Da ist endlich blau drauf. Wohl, ich habe die ganze Zeit drauf blau. Aber der geht voran. Auf mein Deck. So, hier ist irgendwie. Oh, der muss hier gewesen sein. Das mache ich immer zuerst. Ich glaube, das ist jetzt zweites. Aber meistens schaffe ich eh nicht. Ja. Karte gekauft. Mehr Lautstärke kann ich nicht ausgeben. Da habe ich noch nichts gemacht. Aha. Ja. Ich weg mal einer zu. Kriege zwei Geld. Achso, das geht ja nicht mit der Entfernung. Also kriege ich zwei Geld. Ich wollte die gerade noch für eine Karte ausgeben. Mit einem Weidstein. Was mich so ärgert, dass die Weidsteine echt nur für die Gegner und den Gegner gelten. Aber nicht zum Karten kaufen. Vielleicht gibt es später ja auch welche Steine die genau das erlauben. Okay. Dann habe ich auch alles. Komm, jetzt gib mir mal ein paar. Yes. Geld oder Musik. Noch bleibt es bei zwei. Aber ich würde ja auch mir gerne eine aussuchen. Ich muss auch mal aufhören mit den Blindenkarten kaufen. Das war jetzt ja schon alles gut so. Schauen wir mal. Ach, da ist die zweite Karte fertig. So, er ist. Er wird auf jeden Fall singen. Okay. Geht vorher noch nach links. Und nach oben. Dann, wir sind in der zweiten Runde. Ja, in der zweiten besiegt er die, glaube ich, einfach einmal direkt. Jo, ich glaube schon. Und ich erinnere mich jetzt, er bekommt nur Belohnungen, wenn er seine Abzeichen drauf hat. Glaube ich, wenn ich die Regeln mir echt richtig gemerkt habe. Das habe ich nämlich gewundert. Das heißt, er kriegt kein Steinchen, aber die Karte. Okay. Drei. Er macht hier, aber jetzt nimmt er das zweithöchste, das zweitniedrigste. Das ist leider das. Das bringt ihm ein Fan. Er kriegt kein Geld. Ein Fan. Und zwei Diamanten. Oh Mann. Ich muss noch auf 13 kommen. Das wird... Ganz schön schwierig. Okay. Oh, jetzt ist hier auch schon die dritte drunter. Okay. Hm. Das sind nochmal gute Endsiegpunkte, ne? Egal. Fendel kriegt, Steinchen gekriegt. Da. Er würde Geld bekommen. Zweite Runde. Dann bekommt er, glaube ich, echt sechs Lautstärke. Ja, Karte. Mischen und Karte kriegen in der zweiten Runde. Das ist eigentlich echt fast egal. Okay. Wenn ich jetzt auf Rot aus wäre... Ne, ich bin auf Blau mittlerweile aus. Dann war es ja gut. Oh. Fertig gesungen hier. Meine Fresse. Und ich muss mal wieder anfangen, hier zu komponieren. Ja, spiele ich schon, aber ich brauche Punkte. Eigentlich darauf spielen. Zwei Blau, zwei Blau. Und die zwei sind... Ja, komm, ich nehme die zwei Blauen, die umsonst sind. Für eins, zwei, drei hier. Und zwei Drehungen. Okay, scheiße. Hätte da nichts geändert. Dann singe ich leider schon. Drei Blau besäße ich. Ich kaufe die Karte. Zwei Blaue. Was mache ich mit meinem Zweiher? Hätte er nicht das gelegt? Ach, einen Schritt hätte ich auch noch gekriegt. Nehmen wir mal hier. So. Sehe ich irgendwie nicht, dass ich das hinkriege. Komm, machen wir das andere zuerst. Eins, zwei, drei. Gib mir so ein Steinchen. Zwei Blaue. Da geht nichts mit der Entfernung. Ich könnte mich eben nur auf drei boosten. Kriege ich dort? Nein, kriege ich auch nicht. Aber... Ja, dann scheiß drauf, dann kann das. Leider weg. Aber ich mache da oben. Ich lege da... Jetzt muss ich kurz zaudern, ob ich da mehrere von mir hinlegen darf. Ich glaube schon. Sonst würde irgendwas stehen, wenn schon eins... Boah, hier ist ja ganz sicher nur eins. Naja, egal. Ich mache jetzt so. Damit ich noch mal zwei Geld bekomme. Gut, wenn er sich das holt, sind das Siegpunkte für ihn. Aber da muss ich jetzt halt riskieren. Sonst hätte ich jetzt eins von ihm. Ja. Ne, passt schon. Das ist mal so. Karte habe ich schon gekauft. Dort oben habe ich nicht genug Lautstärke für. Aber dann... War es das leider schon wieder. Und er ist... Wird wohl nicht singen. Sich aber einmal nach oben bewegen. Wo ich bin. Juhi. Ich will jetzt auf Blau spielen und ja, bei Not hier bleiben. Also spiele ich die hier hin, die da hin. Kriege rein hier. Dreh einmal. Habe zwei Schritte. Passt ja irgendwie. Eins, zwei. Karten nachziehen. Juhu. Juhu. In meinen Prallbereich. Ich bekomme eins, zwei, drei und einen grünen. Das sind trotzdem nicht annähernd drei Zerze. So schlecht habe ich das auch noch nicht gehabt. Weiter geht mein Freuden-Gizier. Yes. Ja komm, hier nochmal gleich ein. Schluss. Aber ist eh nicht frei. Brauchen wir nicht diskutieren. Na gut. Er ist... Wird wohl auch nicht singen. Nö. Bewegt sich nach oben. Oh oh. Wobei noch ist nicht. Oh ja, stimmt. Er wird es aber nachmachen. Oh oh. Ich bin... Hier ist es schon wieder egal. Diesmal vorher gucken. Ich weiß ja nicht, ob ich blau ziehe. Und da bin ich jetzt schon echt auf sechs. Oh. Wollen wir es mal glauben. Zwei werde ich nächstes Mal singen. Ne komm, wir gehen hier so. Dann gehe ich hier auf zwei. Hol mir einen Sechser. Dreh hier zweimal. Bekomme zwei Schritte. Wir spielen jetzt auf blau. Ich könnte auch das machen. Und oder das. Scheiße, ich mache keine Schritte. Und muss auch noch nicht singen. So, aber mischen. Leider dürften da echt keine Kreaturenkarten mehr drin sein. Dann müsste ich erstmal wieder da gleich prallen. Da stehe ich ja. Mal gucken. Wo habe ich jetzt nochmal komplett durch das Deck kommen? Weiß ich nicht, ob das Spiel noch so lange geht. Ha. Yes. Nur passt er auf jeden Fall auch irgendwie. So, dann wäre er zweimal. Er singt. Bewegt sich nach unten. Tuck, 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 tuck. Und nach links. Und dann singt er. Ja, was soll man hier machen? Er nimmt die einfach. Verdammt, das hat echt drei Siegpunkte. So viel hat er aber nie an Sachen abgeräumt. Also spielt sich gefühlt jedes Mal auch echt anders. Was er so macht. Aber er immer ähnlich über das Spielfeld läuft. Hm, okay. Drei. Weil den Edelstein, den kriegt er, glaube ich, falls er das ja macht auch. Deswegen habe ich gerade kurz im Kopf gestoppt nochmal, ob ich das so wirklich richtig im Kopf habe mit der Regel. Aber weil es so komisch war, wenn ich der Mann habe, ich es mir gemerkt. Ah, weiß nicht ganz genau. Okay. Also drei. Was hatte ich gesagt? Er entfernt immer seine. Ja, und dann nimmt er, glaube ich, einfach alle, die da sind. Dass dann wieder zwei Punkte für ihn sind. Zack. Dann macht er das. Das zweitfreiste ist das. Er bekommt einen Fan. Mann, 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 ich habe immer noch keinen einzigen zusätzlichen geholt. Und drei, ne? Ja. Und deswegen geht es gleich schnell zu Ende. Drei Steine. Hier unten gibt er Lautstärke aus für Punkte. Er hat sechs. Also holt er sich wieder zwei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. So, dann ist er aber fertig. Und sogar gleich durch sein Deck. Okay. Ja, lang ist nicht mehr. Dann lass holen, was geht. Aber jetzt hat er ja... Ich hasse ihn. Dann muss ich doch da oben rüber. Ich kann es auf ein Maximum treiben. Dann wäre das Spiel auch fast... Ja, die Karte ist eh Kacke für meinen Plan. Vier. Das ist doch schon wieder gut. Sind sechs. Ein. Ach so, ich sing sowieso schon. Na ja, dann. Let's go. Was habe ich alles gesehen? Ich gebe die drei und die drei direkt zweimal für die aus. Und kriege ich also ein Geld und zweimal Lila. Stopp. Vorher darf ich ja noch einen Schritt machen. Ach so, wollte ich das jetzt? Ja, wollte ich. Habe ich im Kopf schon gemacht. So. Also ein Geld. Zwei von denen. Yes, 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 yes. Dann ist die, die und die weg. So. Ach ja, dann wird auch nicht mehr so viel. Habe ich noch fünf? Ja, habe ich. Ah, ich wollte auch boosten. Wobei, so lange spielen wir nicht mehr. Ich hau's raus. Ne, ich habe immer noch keinen Fan. Also, ich muss fünf zahlen. Dann habe ich nur ein und habe alle Benefits. Das heißt, ich kriege nochmal so die Sechserin. ein Stein und besitze vier Blau, notfalls sieben Blau. Vier Blau. Vier Blau plus mein Schiff sind sieben Blau plus ein Joker sind acht Blau, die ich jetzt hier ausgebe. Um drei Siegsteine zu bekommen gleich. Was haben wir hier? Für jede Kreatur in meinem Deck. Das sind immer drei Punkte. Für jede mit einer Rune drauf. Das wäre nur zwei. Dann habe ich echt mal wenigstens drei im Deck. Das heißt, das da oben wäre jetzt auch cooler gewesen. Ja. Zurück zu, ich habe gesagt, ich kriege drei ein. Habe ich mir schon genommen, weil nur noch zwei sind. So. Dann, weil ich der Letzte bin, der was nimmt, kriege ich nochmal zwei. Und dann habe ich auch noch zwei Joker, die ich auch noch mal für zwei Blau ausgebe. Um mir einen Diamanten zu holen, oder? Ja. Was anderes macht eigentlich keinen Sinn. Um mir noch einen Diamanten zu holen. Vielleicht habe ich ja 13. Was bleibt übrig? Ich habe sechs Lautstärke. Ja, falls das Spiel weitergeht, weil das bringt ja eh alles nichts. Gebe ich drei aus, um einmal zu prahlen. Für jeden Fall ist das Deck doch nochmal Mische. Okay, das brauche ich nicht. Ja, nö, dann lassen wir es jetzt so, würde ich sagen. Vielleicht habe ich ja doch noch einen Zug. Der sollte was mit Rot zu tun haben. Okay. Vielleicht nochmal einen bekämpfen. Ich gebe ja auch nochmal einen Punkt, wenigstens. Er ist nicht singen. Zwei Umdrehungen. Ein nach unten. Nach unten geht nicht. Das heißt, er geht nach oben. Jetzt gucke ich hier wieder. Da ist noch eine böse Karte. Er ist so, dann passt es ja. Wie gesagt, die Anleitung sagt nichts. Falls man jetzt keine findet, lasst man dann machen. So. Ach so, ich trottel. Ich habe das schon leer gemacht. Dann habe ich ja gar keinen Zug mehr. Nur noch, er hat sein und singt auch auf jeden Fall. Naja, das hält es nicht so viel dann. Aber ist immerhin. Das zweithöchste auch nochmal zwei Punkte. Und vor allen Dingen noch eine Karte, was ja auch nochmal ein Punkt ist. Der kann weg. Ich habe keinen einzigen Fan. Voll interessant. Okay. That's it. Komm, es interessiert mich jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreißen, vierzehn. Yippie. Okay. Können wir aber direkt aufschreiben. Dort eins ist es wieder. So. Select 14. Der Bot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreißen, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Das heißt, die können auch schon wieder. So, Karten. Der Bot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen. Also, nur wählen auf Karten. Hier ist ja eh nichts drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun. Lege ich da echt hinten. Er hat hier aber keine Punkte. Ich glaube, die würde er auch kriegen. Aber gut, ist ja egal. Also, ich kriege da wenigstens zwei. Das reicht aber auch noch nicht. Ich liege vier Punkte hinten. Was haben wir hier? Er kriegt, wie war das? Pro Scheibe, die da liegt, die Punkte. Aber es ist überall eins. Also, eins, zwei und drei macht sechs. Ich bekomme, falls du mindestens fünf besondere Fähigkeiten und Impro-Karten. Na, das brauche ich, glaube ich, nicht nachgucken. Bube, könnte vielleicht doch knapp sein. Eins, zwei, drei, vier. Nein, ist nicht wahr. Ach, hier ist noch eine. Hier ist auch noch eine. Aber der Rest nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, doch, schon länger. Ja, also gibt das zwei Punkte und drei Kreaturen hatte ich. Oder waren es jetzt doch schon vier? Nein, drei, ne? Also, drei, vier, fünf. Das reicht aber auch nicht. Hier kriege ich ein, weil ich ja mindestens 13 habe. Das war es leider irgendwie, ne? Das sieht aber nicht gut aus. Man hat auch nicht so viele Punkte. Wir checken doch schnell, ob ich bei ihm irgendwas vergessen habe. Für die Strophe war er gemacht. Vieles gegnerische Abzeichen. Die zwei habe ich ihm, glaube ich, noch nicht gegeben. Die Herausforderung. Ja, das müsste es gewesen sein. Okay. 10, 20, 29, 35, 37. Ah, doch, fast 40. Da haben wir beide keine 30. Äh, 10, 24, 27. Okay. Richtig mies, also. Ist das mein schlechtestes Ergebnis ever? Zweitschlechtestes Ergebnis. Mein Bestes war bis jetzt 50. Das war aber gegen einen Menschen. Okay. Sonst haben wir auch R40 wenigstens. Tja. So ist es. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß beim Zugucken. Vielleicht ist das Spiel aber auch was für euch. Also, ich finde es nicht übermäßig gut, aber mir gefällt es halt irgendwie gut genug, um es erstmal zu behalten. Die erste Kiste, ja, hier, ne? Die Sache noch neu dazu. Macht es ja schon mal ganz anders wieder. Ist ja auch nicht zu viel Regel. Deswegen, ich glaube, große Überraschung werden nicht drin sein, aber so Kleinigkeiten nochmal, ne? Mehr Karten vor allen Dingen von jeder dann zur Auswahl. Was ich noch ein bisschen doof fand in der Kiste, weil es ja ein neuer Charakter drin, ist es aber keine neuer, äh, neue, ja, ist es Fan hier, größter Fankarte. Größter Fankarte, die ja jeder Spieler kriegt. Klar, es ist ja erst für vier Spieler, diese Version. Da brauchen wir ja nicht mehr jetzt vier Karten. Aber es wird ja auch empfohlen, dass man schon mal die Sachen so vorabgepackt aufbewahrt. Und dann fehlt die halt bei dem Charakter. Also, die eine Karte hätte man ruhig spendieren können, finde ich. Naja, gut. Vergesst nicht, Daumen hoch, Abo, wenn noch nicht geschehen. Vielen Dank. Haut rein. Vielen Dank.